Das sind wirklich viele Baumstämme. Dieses Holz würde sich auf jedem Schiff gut machen. Auf Chios gibt es das beste Holz. Das weiß doch jeder. Aber der Mistkerl, der auf Lesbos das Sagen hat, handelt unser Produkt mit anderen Stadtstaaten. Er gewinnt an Einfluss und wir verlieren den Profit. Anführer haben die Pflicht, ihrem Volk und ihrem Land zu dienen. Das stimmt. Dieser Anführer wird von Selbstsucht und Gier getrieben. So einfach ist das. Dann ist er kein Anführer. Ganz genau. Und wenn wir die Wurzel des Problems entfernen, wird auch das Problem verschwinden. Das Volk von Lesbos verdient es, von den Ressourcen der Insel zu profitieren. Kann ich dich dafür anreuern? Ich kann mich um das Problem kümmern. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Wenn du fertig bist, schicke ich die Belohnung zu deinem Schiff. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das? Ja! 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 Das ist so, ich sage! Ja! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja Du kommst nicht falsch Die werden Augen und Ohren auf Wir finden sie Ja Ja Ich bin ein Geist. Es ist okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja, ja. Natürlich auch ein Kultist. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. beruhig dich sag was los ist mein mann ist zu spät nein vermisst er und ein freund haben einen riesigen wolf südlich von mytilene verfolgt sie wollen sein feld ich hoffe er ist ein guter jäger ohne gewissheit kann ich mich nur sorgen wenn du es sagst kann ich dich anheuern um meinen mann zu finden und den riesen wolf zu töten warum sollte ich den wolf töten ich kann doch einfach die beiden männer zurückbringen wenn du es nicht tust setzen die beiden idioten ihre jagd fort ich will dass dieser albtraum aufhört und ich gebe dir den helm meines mannes als bezahlung ich finde deinen mann und töte den großen wolf ein für allemal kann ich irgendetwas tun um zu helfen ich finde deinen mann und seinen freund und den wolf werde ich für dich töten möge atem ist deine pfeile lenken ja das muss der schrein sein von dem die frau sprach ja ja Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nummer 1. Vom Wolf gerissen. Ich frage mich, ob das der Ehemann ist. Blut. Der Wolf muss den anderen Mann fortgezerrt haben. Vielleicht in eine Höhle? Das sind bestimmt die Berge, in die die Jäger dem Wolf folgten. Er ist groß. Doch wenn er tot ist, was hat die Männer getötet? Wer ist da? Eine Frau schickt mich, um einen Wolf zu töten und ihren Mann und seinen Freund zu retten. Ich bin der Freund. Ihr Mann. Er ist tot. Wir erlegten einen Wolf, doch es war ein trächtiges Weibchen. Ein furchtbarer Fehler. Wir wussten nicht. Was ist da unten? Wir haben die Wölfin gehäutet. Dann hörten wir ein furchtbares Heulen. Es war das Männchen. Er zerriss meinen Freund und schleppte mich hierher. Er wartet. Er will Rache. Du musst ihn töten, sonst sterben wir. Ich bin nicht hier, um zu richten. Ich komme, um einen Wolf zu töten. Warte hier. Oh, danke. Danke. Ich bin nicht hier. Oh, danke. Oh, danke. Oh, come on. Oh, come on. Mein Mann ist noch nicht zurück. Bitte sag mir, dass er bald kommt. Dein Ehemann ist tot. Nein! Doch ich habe den Wolf erlegt und dir sein Fell mitgebracht. Es wird dich trösten, dass sein Tod gerecht wurde. Trösten? Gerecht? Mein Mann ist tot. Nichts wird das jemals ändern. Nimm seinen Helm und geh. Nein, das ist nicht wichtig zu erleben. Ja! Ja! Kapfer! Ist keine Furcht in deinem Herzen? Für diese Frage sollte ich deins durchbohren. Ha! Ich hätte einen sehr lukrativen Auftrag. Gefährlich noch dazu. Hättest du Furcht in deinem Herzen, wärst du der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen? Ich fürchte niemanden. Ach, ich rede doch nicht von einer Person. Ich rede von den gefährlichsten und unberechenbarsten Kreaturen. Bären! Was willst du mit ihnen? Ich brauche Fälle für Brustpanzer. Die besten gibt es auf der Insel Chios, nördlich der Stadt Chios. Ich mache dir auch einen, wenn du sie mir besorgst. Ich besorge dir deine Bärenfälle. Ausgezeichnet! Wenn du überlebst, belohne ich dich mit dem besten Brustschutz, der je angefertigt wurde. Ich glaube, du könntest den ganzen Tag über Bären reden. Ich komme mit den Fällen zurück. Beeil dich! Ich habe zahlende Kunden, die auf Brustpanzer aus genau diesen Fällen warten! Ich muss nach Chios segeln, um die Bärenfälle zu holen. 2, 4, 6, 8, 2, 10... 4, 7, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja! 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 Kapsal! Ella! Ja! 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 Mal sehen, ob mir der Händler eine komplette Montur aus diesen weichen Fällen machen kann. Und los! Komm schon! Ja! 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 Komm schon! Ella! Und los! Ja! Sehr gut! Oh, okay. Auf geht's Komm schon Ja 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 Ich lasse mich lieber nicht sehen Das wären genug Fälle Ja 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 Oh, come on. Hast du die Felle? Ich habe deine Bärenfelle. Ich bin beeindruckt. Nicht viele sind auf einen majestätischen Bären getroffen und haben überlebt. Es ist nur angemessen, dass du dafür einen Brustschutz erhältst. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt.